So wie ich vorhin gefilmt habe. Also da noch da drüben. Ich bin spannungsgeladen. Die Atmosphäre ist geladen. Jetzt sehen sie doch glücklich aus. Okay, Itachi hat eher gemischte Gefühle. Das ist Schleichwerbung. Boah, Fanta macht jetzt auch Mineralwasser. Gemogen wird hier nicht. Okay, Hauptplätze, fertig, los. Jetzt die voll genussverzerrten Gesichter. Schmeckt so lecker, ne? Das ist eine herkömmliche Eigenmarke an Keksen. Das ist keine Prinzenrolle. Ja. Ja! Ich verspreche mich dass da. Oh, da stehe noch so lecker bei uns. Es werden erste Todeswünsche geäußert. Itachi, willst du lieber sterben, als diesen Keks zu essen? Wie steht's mit dir? Nase hoch, wie viele Probleme mit zwei Gästen? Wer bekommt hier Hunger? Wow! Julie, Julie, Julie! Emo! Die Motivation sinkt in den Keller. Du schränkst dich ja richtig an. Würdest du echt danach noch drei essen? Ja! Das kommt auf dich zu, wenn du gewinnst, ne? Julie, Julie! Ich wollte gerade mal fühlen, ob sie noch leben. Wir werden uns versuchen. Es geht noch. Es geht noch, aber bis jetzt schon lange sind es jetzt schon schlecht. Boah, das ist so lecker, ne? Boah! Boah! Guck, nicht so behindert. Da im Hintergrund echt, dreh dich um! Guck mal! Jetzt falle ich gleich schön mit meinen eigenen Füßen. Guck mal! Julie, Julie! Gara, komm, zeig doch mal deinen Po! Nein, nein, nein! So! Einmal der. Als kleine Werbeunterbrechung. Sie können dir noch mieten für 10 Euro die Stunde! Doch, so billig! So billig? Und? 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 Und, 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 wir haben einen Mutigen, der es gewagt hat, zu gewinnen. Ooooooh! Glück gehabt. So. Oh, danach noch. So. Kleiner Tipp. Trinken. Los. So. Ich mach deine Sitz schuld. Ja. Juhu. Ich könnte heute kommen.